Herzlich Willkommen zur nächsten Base und heute haben wir wieder einen richtig einfachen Fight. Flory kommt hier mit Elektro-Drachen rein und will die Base einfach überrennen. Nimmt sich hier gar nicht viel raus, kommt von einer Seite und rammelt einfach komplett durch und zerlegt die Base richtig geil. Wie gesagt, er kommt hier von 3 bis 6 Uhr mit seinen Elektro-Drachen und seinen Loons natürlich. Hat für die Mitte noch einen Klon-Zauber mit dabei, um dort richtig alles freizumachen. Schaut es euch an, das funktioniert richtig klasse und vergesst nicht den frühen Worden, der ist ganz ganz wichtig. Dass so viele wie mögliche Loons in die Mitte der Base kommen, dann schickt ihr eure Ramme einfach vor. Die Helden hinterher einfach alles rein, was ihr habt und dann kommt die Ramme. Wenn ihr den frühen Worden zündet, definitiv bis fast vor das Rathaus. Wenn sie fast davor ist, dann machen die Helden dort den Rest, das kann ich euch versprechen. Aber das wollen wir uns natürlich jetzt in dem Fight live anschauen. Also viel Spaß, bis gleich. Auf geht's mit dem Fight. Wie immer daran denken, liken und abonnieren, das wäre sensationell. Und jetzt geht's auch los hier. Die Elektro-Drachen vorneweg, die Loons hinterher. Hier kommt die Ramme, hier kommen die Helden. Und wie gesagt, die sollen natürlich schön reingehen in die Base, frühzeitig den Worden drücken. Hier war es schon etwas spät. Hier sind schon 1, 2 schwarze Minen hochgekommen. Das ist natürlich nicht wirklich gut. Aber er schafft es, die Ramme definitiv hier im Worden zu haben. Das heißt, die Ramme macht den Weg auf, schaut euch an, bis zum Rathaus. Die Frostzauber perfekt hier auf den Single-Inferno und auf den Scattershot drauf. Dann hat man auch nicht mehr so viele Probleme hinten raus. Viele Elektro-Drachen überleben das Ganze in der Mitte, wie gesagt. Auf die Loons kam hier der Klonzauber rein. Das Rathaus wird dann ohne Probleme durch die Queen rausgenommen. Sehr schön gemacht. Auch hier wieder der Frostzauber. Durch die Truppen aus der Klanburg. Richtig klasse. Der Scattershot wird rausgenommen. Der Royal Champion ist noch mit dabei. Also ihr seht hier, ganz easy gelaufen das Ding. Die restlichen Elektro-Drachen werden jetzt hier mit der Queen alles rausnehmen. Die Queen kann sogar noch gezündet werden. Also was will man mehr? Nur noch der Royal Champion und der Single-Inferno, der hier eigentlich irgendetwas machen kann. Die Queen kann noch gezündet werden. Also hat auch der Single-Inferno natürlich keine Chance. Und da ist er auch schon raus. Der Royal Champion ist ganz schnell raus. Und dann holen natürlich die Elektro-Drachen den Rest aus der Base. Wie gesagt, richtig klasse von Flori. Wie einfach es doch sein kann, hier mit Elektro-Drachen alles zu zerlegen. Sehr schön gemacht. Die Idee mit der Ramme war auch sensationell. Und so hat er hier ganz locker und easy die drei Sterne eingeholt. Also ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann definitiv bei der nächsten Base. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020